Die Leute lassen sich nicht unter Druck setzen. Ich weiß nicht, warum diese Bundesregierung immer glaubt, sie müssen die Menschen unter Druck setzen. Das tut niemand. Jeder kann für sich selbst entscheiden. Wir sind erwachsene Menschen und es braucht niemand für uns denken. Wir alle wissen selber, was wir zu tun haben. Und das muss die Bundesregierung jetzt endlich lernen. Und wenn sie es bis jetzt nicht verstanden hat, fürchte ich, wird sie es auch in Zukunft nicht verstehen.